Europos. Europos ist eine schmale Meerenge. Es heißt, das ist die schmalste Meerenge der Welt, die nur 40 Meter breit ist. Europos trennt die Insel Euboea vom griechischen Festland und teilt damit die Hauptstadt von Euboea, nämlich Kalkida, in zwei Teile. Das Besondere an dieser Meerenge sind die ungemütlichen Gezeitenströmungen. Das Interessante ist eben auch, Moment, ich mache es mal hier noch. Also Europos ist dann hier. Also es ist eine größere Insel, nämlich Euboea wird vom Festland getrennt und Europos ist dann sehr schmal, nur 40 Meter. Und dort war es gar nicht so einfach, dass dort Schiffe hindurchkamen. An dieser Stelle war das Festland seit vielen Jahrhunderten durch eine Brücke verbunden. Und Europos ist benannt nach einem antiken Forscher namens Europos. Und der wollte dem Strom, dem Geheimnis der sich ändernden Strömungsrichtungen auf den Grund gehen und ertrank bei einem seiner Versuche, den Kanal zu durchschwimmen. Und dann, wenn ich das Ganze versuche, den Kanal zu durchschwimmen.